Lass uns beeilen. Man meint immer, man hätte so viel Zeit, aber leider eine Illusion. Es ist gar nicht schlecht heute. Auf Anhieb vielleicht sogar brauchbar. Ich weiß noch, als ich dann an der Kunstakademie begonnen habe, meine ersten eigenständigen Bilder zu machen, war ich eigentlich ziemlich desorientiert. Das ist wieder typisch. Dann will ich dir zeigen, wie das normalerweise abläuft, dass man kommt und dann stimmt dieses nicht und jenes nicht. Und im Moment sieht es wirklich so aus, als ist es das. Ich weiß noch, wie die Stil da und ein kleines Erbracht hat. Ich weiß noch, wie das nicht zu tun ist. Und es ist eine kleine Stil.